Am nächsten Montag, Mareike Wattke aus dem Knast geflohen. Sie wird mich umbringen, ich hab sie in ihren Augen gesehen. Krank vor Hass, zu allem entschlossen. Herrgott nochmal, lass sie gehen und Christoph auch. Keiner geht. Und erst lass ich den knallig ab. Hintergittern, die neue Folge am nächsten Jetzt.